Nicht mein Kind tot. Nee, da konnte ich mich noch so anstrengen. Ich hab wirklich verbissend versucht, diese Bewegungen da reinzukriegen. Aber es klappt nicht. Vielleicht bin ich da auch zu alt für... Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Zockt mal wieder mit Tomaniac. Ja, heute wird's wahrscheinlich arcadig. Ich spiele ein Beat'em'up. Beat'em'up spielen? Naja, ich fehle ein Beat'em'up, weil Beat'em'ups kann ich eigentlich nicht. Aber irgendwie mag ich die und mag das Genre. Vielleicht, weil ich auch total gerne so Eastern und sowas gucke. Und ich schaue mir hier heute an The King of Fighters 12. So sieht man's einigermaßen, ne? Und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe hier in dem Game, ist die Mucke leiser gedreht. Sodass das hier alles in einem hoffentlich halbwegs vernünftigen Soundverhältnis steht. Und die Sprache auf Deutsch, aber die... Also Texte auf Deutsch, aber die Sprache ist sonst dann auf Englisch. Aha, hier, das Handbuch ist hier auch drin. Wie gesagt, ich habe noch nichts weiter hier sonst unternommen. Alles, was ich jetzt sehe oder ihr jetzt seht, das sehe ich zum allerersten Mal. Aber ihr kennt's ja vielleicht auch schon. Ähm, ich denke mir, ich gehe mal hier gucken im Training. Ich habe vorhin bei den Tastenbelegungen noch gesehen, dass man eigentlich nur die vier Tasten hier braucht. Und wahrscheinlich noch die Richtungstasten, aber man braucht keine Schultertasten oder so. Und die oberen beiden sind für Schläge und die unteren beiden für Tritte in der Standardbelegung. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Training, vielleicht kriege ich mal so... Dann suche ich mir mal einfach einen raus und gucke mal so kurz, wie das so ist. Und danach lasse ich mir ordentlich auf die Fresse hauen. Mal sehen, was uns erwartet. Team-Auswahl. Na, also die Charaktere sind hier in 2D gezeichnet. Ich würde sagen, ich nehme mal eine zufällige Auswahl. Gucken, was passiert. Modus-Auswahl. In diesem Modus können Spezialangriffe nur durch Drücken einer Taste ausgeführt werden, während der Stick gekippt ist. Aha. Normal. In diesem Modus können Spezialangriffe über die Standardsteuerung ausgeführt werden. Na, lass mal auf normal. Ich weiß nicht. Spieler 2. Ja, soll ja aber eigentlich ein Computergegner sein. Ich will jetzt gar nicht gegeneinander spielen. Ein bis zwei Spieler. Ich will aber gar keinen menschlichen Gegner. Na ja, wollen wir mal gucken. Kann natürlich sein, dass das Arcade grundsätzlich nur Versus ist, oder was? Achso, das ist ja jetzt einfach das Training, aber... Ähm, hä? Äh, jetzt muss ich da mal gucken, wie das hier gemeint ist. Keine Ahnung. Ladevorgang. Irgendwie riechen Teile meiner Klamotten noch nach Lot. Ich habe mich heute gelötet am Tag der Aufnahmen. So, jetzt soll man mal gucken. Ich kann mich also so bewegen. Äh, und hochspringen. Jawohl. Einen Doppeljump gibt's nicht, ne? Ah, das ist egal, ob Steuerkreuz oder analog. Was macht man mit dem rechten? Mit dem rechten Analogstick macht man nichts. Wenn man den gedrückt hätte linken, nichts weiter geht. Okay, und jetzt, äh, also, Tritt, damit tritt ich nur so nach unten. Kann hochspringen und treten, schräg springen und treten, das ist so ein Low Kick. Kann ich diesen Kick denn auch, kann ich nur so runter treten? So, dass das von der Distanz zum Gegner abhängig, also, da macht er immer den ein. Schläge. So ins Auge. Der geht relativ lang. Ja, ich muss wirklich mal gucken, wie das hier... Okay. Das ist wie ein Block. Das ist so Anrenpeln oder was? Ja, ich vermute mal... Ich frage mich, ob's hier ne Kombo-List gibt. Mal eben auf Select oder Start drücken. Zuschauen aus, Sperringspartner, Aktionen stehen, Angriff aus, Block aus. Standard-Einstellung, kritische Konter. Angriffsdaten ein. Befehle. Sieht man da was? Befehlsliste anzeigen. Also, neben dem Gegner, was heißt denn L-S und H-S? Wahrscheinlich Low-Schlag und High-Schlag und L-Low-Tritt und High-Tritt oder sowas. Das heißt, ein Pfeil und dann L-S und High-S. Normaler Wurf. Spezialangegriffe. In der Luft, okay. Und Low-Tritt. Also Richtung und Low-Tritt. Ja, warte mal. Select-Taste, um zum vorigen Bildschirm zurückzuqueren. Also, äh... Wie war das mit dem Wurf? Muss man die beide drücken? Ah, die muss man dann beide gleichzeitig drücken. Dann greift er sich den. Oder wie war das? Ja. Gibt sowas auch mit Dritten? Hm. Und da ist immerhin mal eine Anzeige auf Maximum. Vielleicht weiß ich gerade gar nicht, wie man die Spezialfähigkeit auswählt. Ähm, da muss ich gleich mal, vielleicht doch nochmal kurz ins Handbuch gucken. Gehen wir da nochmal raus. Äh, Spielende. Jetzt gucke ich da mal kurz ins Handbuch, ob ich da, während der da zurücklädt, irgendwo nochmal so grundsätzlich was finde, wie man diese Spezialfähigkeiten zum Beispiel einsetzt. Das Game gab es irgendwann mal bei Game Mania, da ist unten der Kleber drauf. Aber ich hab's von der Börse natürlich. Ähm... C yep. Schade, da ist ja auch bei diesem Beispiel. Da ist schon mal kompakt. Da ist jetzt so gut. List of commands during battles, move, dash, tap rechts rechts quickly, keep holding down to continue the dash, critical counter, super special moves, ja, enter special commands for each character when the power gauge hits max, ja, und da steht trotzdem nicht, wie man das macht, forward energy evasion, Quadrat und Kreis, ja, ich würde sagen, ich probiere mal so rum, ne, wie man das von mir gewohnt ist, da, Standard, directional buttons, move the cursor, move, jump, crouch, and guard, mhm, left stick, move the cursor, move, jump, crouch, and guard, ist genauso wie das D-Pad belegt, okay, Quadrat light punch, Dreieck heavy punch, X light kick und Kreis heavy kick, ja, wollen wir mal gucken, ne, komm, wir gucken uns jetzt mal hier den Arcade, Versus ist ja wahrscheinlich Zwei-Spieler-Kämpfe und CPU-Kämpfe antreten, aha, Arcade, Zeitangriff-Kämpfe in allen fünf Leveln antreten, komm, wir gucken mal, wir verkacken jetzt mal volle Kanne, gibts jetzt auf Maul. Willkommen zu den Kinga-Fighters, allow me to explain the rules of the Tournament. Das Tourneal wird als Time-Trial abgehalten, in dem ihr um die beste Gesamtsiegzeit aus fünf Kämpfen konkurriert. Wenn euch eure erste Siegzeit nicht gefällt, könnt ihr jeden Kampf genau einmal wiederholen, viel Glück euch allen. Jetzt wird verkackt. Team-Auswahl, ich weiß auch nachher gar nicht, wie man die Leute wechselt, wer könnte mir denn hier sympathisch sein? Ralf-Jones. Maid 2, Ryu, ich kenn die alle gar nicht, ich kenn das ganze Universum, kenn ich nicht, deswegen kann ich nix dazu sagen, wer hier was taugt, gucken wir uns das mal alle so an und dann entscheide ich mal so nach den Bildchen. Aha, das bestimmt hier wieder so Drunken Master Style, da stehe ich drauf, komm her, so Verrückte. Spieler 2, ich will aber gar nicht gegen Spieler 2, ich will gegen die CPU. Wähle weitere drei Team-Mitglieder, nehm ich sie mal. Ja komm, in der dritten nimm den mal zufällig. drücke die Start-Taste, um den Cursor auszublenden. Okay, dann machen wir mal, hier kann ich jetzt auswählen, wen ich zuerst nehme. Na, bewegt den Cursor, um die Reihenfolge zu bestimmen. Ah. Ja, nehmen wir einfach mal, ist ja egal. Entschieden. Aha. So, jetzt haben wir die Reihenfolge. Und ich werde wahrscheinlich sowas von verkacken. Aber es geht ja hier auch drum, dass ihr mal seht, wie das Game aussieht, grafisch und so weiter, ne. Für diejenigen unter euch, die vielleicht auch gerade angefangen haben für die PS3 zu sammeln und wissen nicht, was sie sich ins Lager tun sollen, dann seht ihr hier natürlich auch was, ne. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht hab, aber... Das ist wirklich mal so, dass es mal unten bleibt. Funktioniert nicht so schlecht. Das kann man doch machen, wenn man unten bleibt. Auf die Fresse kriegen kann man dann. Was ist, wenn man... Boah. Boah. Boah, das war kackig. Ja, sag ich doch, das war kackig. Aber... Das ist grafisch interessant. Ah, jetzt kann ich das auch machen, das ist komische Zeug. Boah. 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 weiß ja nicht, was ihr da die ganze Zeit macht. Boah. 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 vielleicht klappt das ja ja ich fasse es nicht okay unten bleiben bis auch bei ik plus manchmal bei international karate eine gute taktik die hat so einen weiten arm der lange arm des gesetzes funktioniert das hier auch man könnte jetzt mal einer sehr langweilig wenn ihr klasse damals war das mit diesem greifen kann ich das hoffe ich habe ich das gemacht es ist wenn ich beide kick dinger zusammen drückt knapp war ich habe sagt alles breite scheiße verloren ist doch kann anders was die drauf hat ich weiß nicht ob das jetzt kostet nicht rum mach was nur am backpfeifen verteilen irgendwie so aber so mal drauf los das habe ich mir dafür mist dingen ausgesucht die kann ja gar nichts das hat sich aber ein sackhaares breite entschieden meine fresse da habe ich mir eine komische truller hier ausgesucht das war mal nichts gutes oder ein neuer rekord ja schlechter kann man es wahrscheinlich auch kaum machen irgendwie habe ich es geschafft zu überstehen aber zufall hat er jetzt jemand andern genommen probier den mal als erster und dann lassen wir hier als zweites jedenfalls ist die komische truller jetzt nicht mehr in meinem team die wurde gefeuert weil der hat mich gefühlt irgendwie nichts wirklich gebacken gekriegt bild ich mir vielleicht auch nur ein ja ich denke schon wieder ganz schön am platz was mir gut gefällt ist so dass im hintergrund auch so ein bisschen action passiert aber wenn ich jetzt gerade ja so richtig am sack kriegt funktioniert aber vielleicht wenn ich glück habe ja so richtig ich glaube das war mal verflucht knapp da fliegt die mütze macht die musik dazu düdel düdel da fliegt die mütze und da fliegt die mütze da fliegt die mütze sitzt iece lange hab ich keine chance gehabt das sagt dass wir wahrscheinlich auch wieder wenn das mehrere gegeneinander spielen zur fordert jmer auf vieler 2 oben in der ecke start drücken Ich komme überhaupt nicht zum Zug, ey. Ich versuche ja. Ich will ja. Jetzt geh mal aus meinem Bereich hier, du Fähig. Nee. Ich sehe, glaube ich, so kein Land. Nee, ja. Ja, also, ich glaube, in der Runde zerlegt es mich. Da ist richtig Action im Hintergrund. Also, irgendwie gefällt es mir schon wieder, auch wenn ich überhaupt gerade nichts gebacken kriege. Ja, ist gut. Wow, das war jetzt gar nicht so ohnmächtig. Dieser Drunken Master-Typ hier ist noch schlecht. Brülks. Wer macht das ja fast wie ich? Scheiße, der hat geblockt. Boah. Boah. die richtung wo man hin will und dann kick war nicht schlecht sein ich habe das gerade noch so gedreht im ersten moment dachte ich so vorne keine chance soll das video wenigstens auch noch ein bisschen länger wie gesagt es geht ja hauptsächlich auch drum mal zu gucken ist es ein game was mir gefällt was ich in meiner sammlung behalten möchte und ich muss sagen jetzt im moment gefällt es mir auf jeden fall und ja würde ich gerne in meiner sammlung behalten auch wenn ich nicht wirklich was gerissen kriege und ihr seht vor allem auch wenn ich das schlecht spiele weil ich kann diese games einfach nicht versucht dann halt man muss halt länger üben bis man mal so ein paar kombos oder was rauskriegt aber geht ja vor allem darum auch dass ihr mal sieht wie sieht das game aus wie ist der grafikstil wie ist die mucke wie sind die animationen spielt es sich flüssig jahr ist also die eingaben sind direkt das kann man sagen wie gefällt es euch auf jeden fall macht er ein paar ganz interessante dritte was ist denn wenn ich meine beiden tasten so nacheinander mit schweinehorde voll der markt hier aber es ist nett gezeichnet es gefällt mir ich habe lange bei ihnen ich habe mich so was war das es gibt also es gibt auch wenn man denn den wappen irgendwie den stick irgendwie rotiert das war gar nicht so einfach da mal irgendwas auf die reihe zu kriegen dann in dem moment weil man sich da vorhin bei einem ding gehabt da soll man praktisch die spuren wieso die krallen ich weiß nicht mehr wie ich das gemacht habe ich würde sagen das wird eine enge geschichte ja ich hab's mir schon so gab es eine grafikstil gefällt mir auf jeden fall richtig gut hätte ich jetzt nicht erwartet muss ich sagen ich habe ich habe auch noch kinder fighters 13 oder so oder irgendein kinder fighters teil habe ich für die ist ich treffe dich doch So, du tauchst nix. Wusste ich doch. Okay, da kommt was Fettes. Oh, Aua. Und das macht sofort Aua. Ich wüsste, wie man hier, wie man solche Sachen macht. Ich kann nicht mehr dazu, mal zu gucken, ob man auch Select oder so, äh, sein Extra abschießt. Vielleicht müsste ich da dann nochmal gucken. Warte mal, kann ich hier in die Liste gucken während des Kampfs? Befehle. Spezialangriffe. Unten links, unten links, also so drehen plus Low-Tritt or High-Tritt. Also runterdrehen und das plus Low-Tritt. Oder High-Tritt, ja gut. Gut. Ich will diese Lechtöx haben zum Schreiben. Ich zeige nochmal, Low-Tritt war was? Leichter Tritt, x. Okay. Das finde ich gut, dass man sich zwischendurch die Befehlsliste weiter... Oh. Ja, nützt mir noch nichts. Ja, nützt mir noch nichts. Jetzt reicht's aber. Ich muss hier wieder mit herkömmlichen Mitteln versuchen, was zu reißen. Oh, scheiße. Nein, ich glaube, diesmal ist Ende mit der Runde. Ja, das hier geht's. Ich bin tot. Nee, da konnte ich mich noch so anstrengen. Ich habe wirklich verbissend versucht, diese Bewegungen da reinzukriegen. Aber es klappt nicht. Vielleicht bin ich da auch zu alt für. Ich versuch's noch einmal. Wenn das nicht klappt, dann war's das, ne? Ah, ich kann noch mal das Team wählen. Also ich nehme auf jeden Fall hier nochmal den Drunken Master Typen da. Der war nämlich gut. Oder ist der jetzt weg? Doch, doch, da ist er. Und wenn der Stick gekippt ist, versteht, das heißt, das ist eigentlich einfach. Durchdrücken einer Taste, während der Stick gekippt ist. Ich probiere das jetzt mal. Ob mir das weiterhilfe, weiß ich nicht. Ja, komm. Ich nehme den Drunken Master immer als Joker. Wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt voll. Aber es gefällt mir. Ich hoffe, dass jetzt die Spezialangriffe etwas einfacher gehen. Wieso bin ich da bloß skeptisch? Ja, auch mit diesem Runter- und, äh, also Runter- und Drehen und dann gleichzeitig eine Taste gedrückt halten. Ich hab's mehrmals versucht, aber irgendwie klappte das nie. Also zumindest so weit. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schwerfällig. Kann das sein. Ja, wenn man nah genug dran ist, dann kann man so versuchen, die zu greifen. Dann mach ich das überhaupt was, wenn du das auch schon nicht gebacken kriegst, ey. Ich kann da... Ich kann rülpsen. Ich krieg's nur überhaupt nicht hin. Danke. Der Panther deiner Mitte. die augen verdrehen da kannst du wirklich nur die augen verdrehen das war jetzt ein satz mit links weiter also ist ja meins leicht ist das nicht jetzt ist der stick gekippt wesentlich hier irgendwie dummen spezialangriff hin ich weiß nicht was er damit meint wenn der stick gekippt ist aha jetzt habe ich es irgendwie hingekriegt das ist meine energie anzeige unten das mache ich das das mal habe ich gegen dieses dreck sie doch tatsächlich verloren wir hatten schon mal das vergnügen und da habe ich dir auch schon die fresse poliert so den mag ich da drüben da sind sich da die spaghetti rein was echt lustig gemacht schlürf 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 da habe ich den spezialangriff hingekriegt irgendwie weil meine energie anzeige hat sich entladen war das jetzt seine ich habe es auf jeden fall geschafft ich habe das gefühl dass ich diese spezialangriffe jetzt etwas einfacher auslöse aber so ganz weiß ich immer noch nicht ich glaube wenn ich also entgegengesetzt der blickrichtung des gegners und dann den tritt oder so dann hatte das glaube ich ausgelöst aber ich bin mir nicht ganz sicher was warum ist das jetzt auf einmal so laut warte mal muss ich da jetzt noch mal etwa die lautstärke leiser drehen oder ist das jetzt einfach nicht ab hier geht es eigentlich so na gut jetzt habe ich nun als mein dranken master ja in der mitte viertes match aber ich denke so langsam wird das hier gegen game over gehen ich glaube ich mache nicht mehr lange durch hier gefällt mir aber muss ich sagen dass jetzt ja nicht so ein dauerbrenner die international karat jetzt habe ich den ja noch aha davon abgesehen kann ich aber auch nichts also der kann irgendwie nix vor allem habe ich keine ahnung wie man bei dem die spezialfähigkeit auslöst nun ist es sowieso vorbei weil der ist jetzt erst mal schlafen was passiert ich habe diesmal sich zum ersten mal kein land mit dem ja ich habe es gar scheiße aber coole locations und so ich habe mich wie ich hier verlocken Eigentlich habe ich das Gefühl, man hat ja hier gar nicht so ein extremes Bewegungsrepertoire, aber irgendwie... Ich versuche wirklich verzweifelt irgendwelche Dinger hinzukriegen. Das ist zum Kotzen. Das klappt nicht so. Ich stelle mich zu dämlich an. Weiter. Nee, ich lasse es mal dabei. Es geht ja wirklich darum, dass ihr hier mal so einen Einblick kriegt, wie das Game aussieht, wie das funktioniert. Mit der Steuerung muss ich wirklich noch üben, aber ansonsten finde ich, ist das Game wirklich nicht übel. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht, wie wir das ausprobieren. Also grafisch und so gefällt es mir. Ich lasse es auf jeden Fall in der Sammlung. So sieht es übrigens aus. King of Fighters 12. Inhalt wird gespeichert. Jawohl. Ja, speichert doch mal meinen Kanal, indem ihr ein Abo dalasst, falls ihr es nicht schon gemacht haben solltet. Ansonsten Daumen nach oben ist auch immer geil. Und ja, meistens freue ich mich eigentlich immer, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und zuschaut. Wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Also bis denn, ihr Lieben. Macht's gut. We'll be right back. Andер carpetat. Untertitelung des ZDF, 2020